180 grad haben sie gesagt hinten herum ok genau, nächster Assist, nächster Tor sonst halte ich da so viel Platz Dacht mir schon, vielleicht macht sie ja ein Narzis draus für mich Dacht mir schon, der gibt den Ball nie her Outro Eeeh, fü Thack Fill up, fill up. Holds up. Fill up, fill up. Oh, knapp vorbei. Isa war auch daneben. But, behave. Ich habe extra nicht gefordert. Ich habe gesehen, dass die aufpassen. Ich habe mich nicht gefunden. Ich habe mich nicht gefunden. Ich habe mich nicht gefunden. Ach, scheiße. Den habe ich aber. Okay. Eh, gut gegangen. Die gehen schön mit RB. Da durch die Mitte durch. Das war nach dem Bot neben, ja. Habe ich den schon ein paar Mal gespielt da, mit RB, so gerade durch. Wenn alles sich auf die Außen konzentriert hat. Und dran war ich noch. Gott, Kevin. Dann. 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 Vielen Dank. 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 Ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, ja, ja. Jawohl, und weiter. Sehr schön. Ah, das sollte ich gar nicht machen. Soll ich eigentlich das machen, was ich von gemeint habe, mit dir nur nach vorne zurück. Was glaubt er denn, der Mistel? Aber nur der angetauschte Schuss und der Y-Pass nach außen von 7.1 auf 7.8. Ja. Oh, ne, geht, boah. Ich hätte zumindest mich verschießen lassen sollen. Das hätte eine Vorlage werden können. Ey, geht, Schenseliere. Soll. Seitenwechsel. Der Pod macht's. Ohne Aufforderung. Ein Trottel. Ja. Das haben sie geübt, ja? Jo. Das war's. Vielen Dank. die Welt um die Ecke, also hinten rum, den Pass machen. Oh, wieso? Ey, hinten! Er ist so frei und er spielt nach vorne. Zauber. Ja, den hast du. Ja, den hast du. Nimm sicher ich mich jetzt. Ne, passt schon. Wir haben ja gesagt, den nächsten Machstel? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nee, warte, geht nicht. Naja, weil Moose bewegt. jetzt geht sogar D. D. Du machst das Ding, eh direkt. die stimmig neben dich die die gepasst ja was er zentral der Lebermann ist und ich hab zu weit nach rechts gewählt haben eine Art daumen hoch der wohl zu verletzten Prozent wo Pisten hat da was die gute Bünder er hat drei einst um Rupfer hat sich gegen den Baum gelaufen nein 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 das was durch die Scheiße das was du nicht war das nicht wir sind bei mir nee aber du hast mir gepasst und ich dachte der Portet als Prozent 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 dass sie vor Ort er hat er da draußen vor der ich nicht meinen erst bis sie ich habe den Platz gehabt alle anderen waren zu weil sie gekippt so alle zu sind Prozent nochmal bei Besitzer und dann geht's mal schnell die Kette Zeit da wir tun ich ja ich habe extra nur ganz leicht angekündigt ich habe extra nur ganz leicht angekündigt ich will uns zeigen dass es kann so ist dabei wahrscheinlich das 2 0 für uns stehen oder was da hat er schon für ihn der Hinsicht jetzt sind und feinigt ihr ich will mein drittes Tor was so muss was sagen jetzt in mir gegeben ich hätte dann wieder gespielt als wieder eins gemacht und die hätten wieder 9 6 micha schlägt zu auch nur zu viel passen ganz gut Terminator ich也可以 ich bin ich bin ich bin ich bin